Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 14.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Bluetooth, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.